Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute das Flechtmuster in Reihen. Nachdem ich diesen Loop mit einem Flechtmuster in Runden veröffentlicht habe, kam immer öfters die Frage, ob man dies auch in Reihen arbeiten kann. Ich habe das ausprobiert und es geht doch etwas anders wie das in Runden und deshalb mache ich nun ein Video davon. Ich verwende wieder von Headnut die Cool. Die hat eine Lauflänge von 65 Meter auf 150 Gramm und ich habe hier eine 12er Nadel. Ich zeige euch das in einem Musterläppchen. Und schlage hier 16 Maschen an. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Man arbeitet dieses Muster also mit einer geraden Maschenzahl. Die erste Rückreihe stricke ich linke Maschen. Aber nur in dieser ersten Reihe. Danach ist jede Reihe eine Musterreihe. So, nun beginnt das Flechtmuster. Ich arbeite die Randmasche. Und danach werden, ab nun werden immer zwei Maschen zusammen abgestrickt. Die zweite Masche vor der ersten rechts stricken. Und dann die erste Masche rechts stricken. Und beide Maschen von der Nadel gleiten lassen. Wieder in die zweite Masche einstechen. Diese rechts stricken. Und dann die erste Masche rechts stricken. In die zweite Masche einstechen. Ich halte sie hier mit dem Daumen etwas fest, damit sie nicht über die erste Masche rutscht. Und beide Maschen von der Nadel gleiten lassen. Und die letzten zwei. Und die Randmasche. Dann die Arbeit wenden. Die Randmasche links stricken. Und auch die erste Masche links stricken. Damit sich das Muster versetzt, werden ab nun wieder stets zwei Maschen links abgestrickt. Wieder die zweite vor der ersten Masche links stricken. Und dann die erste Masche links. Die zweite links. Und die erste links. Und wir enden mit einer Masche links und der Randmasche. Und diese beiden Reihen wiederholen sich ständig. Ich stricke also die Randmasche in der Hinreihe rechts. Und beginne dann sofort mit den Verkreuzungen. Die zweite rechts und die erste rechts. Die zweite rechts. Und die erste rechts. Die zweite rechts und die erste rechts. Und dann kommt man eigentlich auch mit diesem Flechtmuster ganz gut voran. Und nun wichtig in der Rückreihe zunächst nach der Randmasche eine Masche links arbeiten. Und dann erst mit den Verkreuzungen oder den Verflechtungen beginnen. Und dann wiederholen sich die erste rechts. Und auch wieder mit einer linken Masche in. Und der Randmasche. Und so sieht dann dieses Flechtmuster aus. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich wünsche euch viel Spaß damit.